Hiho und willkommen zurück, meine lieben Freunde der Zauberer-Zunft zu Battlemages, Sign of Darkness. Ja, wir sind gerade noch dabei, die Reste hier zu clearen, die wir clearen können. Also, hier hinten bei der Goblin-Mine müssten wir fertig sein. Ja, die O-Gehörte haben wir, hier oben war Sonskeits-Bordenmeer. Das Ding hier haben wir erledigt. Gucken wir mal, ob irgendjemand noch Quests für uns hat gerade. Nö. Ja, ich würde mir gerne noch eine Wissensschriftrolle kaufen. Allerdings brauche ich das Geld. Oh, Dorf macht uns ein Angebot. Die brauchen was von der Monsterhöhle. Okay. Und ja, irgendwie haben die Elfen diese beiden Wachtürme verzaubert. Und ich habe immer noch keine Ahnung, was es mit den Milizen da draußen auf sich hat. Und mit den Räubern hier drüben. Oh, hi. Ein Gild-Mage kann mir helfen, mein Problem zu lösen. Okay, da haben wir den Auftrag. Überzeugt, der Rekrutierer hält es für sehr wahrscheinlich, dass sie die Beganden der Miliz anschließen würden. Hm. Also, das ist jetzt die Quest. Die haben wir die ganze Zeit übersehen, weil wir nicht hier langgegangen sind. No one will escape. Huh? Huh? Good. Ready. Go where? Okay, der Monsterhöhle sind drei Monster, drei Monster-Spots drin. Yes. What? Yes. We're going. What? To victory. Yes. Die setzen meinen Paladin aber schon gut zu. What? Just think, it's already done. Hurry, let's go. Alright. We'll stick them. Yes. It is done. So. No problem. It shall be done. It is done. Imperialer Spion hat die nächste Stufe erreicht. On to victory. Hm. We're going. We're going. Alright. 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 Hurry, let's go. No one will escape. What? I can't go faster. Always prepared. Okay. Bären. Always prepared. Yes. Wieder viel zu starke Bären. To victory. Okay, einen hat es erwischt, der andere ist doch gerade mit dem Leben davon gekommen. It is done. On to victory. Oh, man. It is done. It is done. We're going. Just think, it's already done. Paladine hatte ich irgendwie mal stärker in Erinnerung. Ganz ehrlich. Hurry, let's go. Also, dass Bären denen solche Probleme machen können. Lung. Hurry, let's go. We're going. Und der ist einfach doof, keine Heilzauber zu haben. We're going. We're going. We're going. Und, wir gehen. Mal gucken, ob wir die wirklich überzeugen können, sich da Armee anzuschließen. Vielleicht können wir dann auch was mit den Militionären außerhalb anfangen. Also die, die da unten hocken. Und, wir gehen. Also das Brigantenlager hier. Die Brigantenhöhle eigentlich, fast schon eher. So, dann wollen wir mal gucken. Was wollt ihr, imperiale Zauberer? Wie könnt ihr zusehen, wie das Imperium den Krieg verliert? Wie könnt ihr zögern, wenn sich sogar die Leibbeigen in der Armee anschließen? Das Imperium braucht eure Kampfwahrerfahrung. Aber, würdet es uns auch bezahlen? Natürlich wird es das. Die Bewohner, die sich der Militia anschließen, verdienen gutes Geld. Wird es meinen Männer gestattet, nach dem Kampf Trophäen zu sammeln? Äh, ja. Natürlich dürfen sie das. Jetzt ist es ein guter Grund, sich der Miliz anzuschließen. Ich möchte dem ganzen Imperium, ob meiner großen Taten bekannt sein. Kann man in der Miliz berühmt werden? Nein. Ich denke nicht, dass man in der Miliz berühmt werden kann. Werde ich noch der Anführer bei meinen Männer sein, wenn wir uns der Miliz anschließen? Wahrscheinlich auch nicht. Ich bezweifle, dass ihr der Anführer eurer Männer bleiben könnt. Deine Antworten sind Lüge. Wollt ihr, dass ihr uns in der Armee uns in der Armee zu sammeln könnt? Wir sind nicht weck-mindete Füße. Wir sind bereit, zu sterben. Äh, ja. Okay. Wie können die Imperium nutzen? Aber werden sie uns bezahlen? Nein. Ich bin afraid, die Miliz hat leider nicht genug Gold, um neue Rekruten zu bezahlen. Wird meine Männer gestattet sein, nach dem Kampf Trophäen zu sammeln? Die Trophäen, die du nach dem Kampf bekommst, gehören zu dem Imperium. Die Trophäen, die ihr nach dem Kampf gesammelt, gehören dem Imperium. So hat das Gesetz. Also ich drehe jetzt mal alles um, mal sehen, ob es da geklappt. Ich möchte im ganzen Imperium mit meiner großen Tat bekannt sein. Kann man in der Miliz berühmt werden? Das hängt doch von ab, wie gut ihr kämpft. Ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, berühmt zu werden, wenn ihr den Kampf zieht und den Feind tötet. Werde ich noch der Anführer über meine Männer sein, wenn wir uns der Miliz anschließen? Ja. Warum nicht? Gute Kommandanten werden momentan immer gesucht. Okay. Er wird nur Ruhm und seine Männer behalten. Okay. Er war aufrichtig und überzeugend. Ich werde mich mit meinen Männern der Miliz anschließen. Hm. Okay. Hurry, lass uns gehen. Okay. Ob der bei dem Wachtturm jetzt was Neues? Das ist der falsche Wachtturm. Dieser Wachtturm hier drüben. Oh, ich sehe den Typen gar nicht mehr gerade. Hm. Doof. Okay. Und mal gucken, macht uns das Dorf noch irgendein Angebot? Nein. Die imperiale Garnison auch nicht. Und die Goblinmine auch nicht. Okay. Ready. Always with pleasure. Hm? Always with pleasure. What? Hurry, let's go. We're going. Das heißt, wir kümmern uns jetzt erstmal um diese Briganten hier. We're going. We'll stick'em. We're going. Yes. So, wieder ein Feuerschild auf euch. Und hast. Und? We're going. Just think, it's already done. We'll stick'em. We're going. Shoot your arrows. Yes. It shall be done. So, in dem Brigantenlager war eh nur Gold. Wie viel? It shall be done. Not okay. On to victory. Hm. Alright. Hm? Hab ich euch eigentlich irgendwelche Ausrüstung gegeben? Nein. Gut. Die wär nämlich dann auch, wutsch. Yes. What? Always prepared. Always prepared. Always with pleasure. Yes. Alright. We're going. Yes. So, sind wir ja fast fertig. Jetzt nur noch die Wolfsgrube und dann draußen den Bären und die Elfen. It's already done. Yes. Alright. Shoot your arrows. Yes. Fire will cleanse their souls. What? No one will escape. Unto victory. I, and only I. What? Hurry, let's go. Hurry, let's go. So, die Wolfsgrube und dann war's das. Just think, it's already done. Aim.